Du? Wuuuhu! Arnjöööö!! Was hast du beim letzten Deutschlandspiel gemacht? Eeeeyyyy!!! Das ist da, ganz einsam! Oh, nein, 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 nein! Friedrich der Große bei diesem Turnier! Friedrich der Große! Ame Friedrich! Hochmuck! Wir sind halt hier drin. Hallo. 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 Jens? Hab dich. Nein, nicht für. Also das Graue hat bestimmt Bille, David, Jens. Da haben wir noch für. Oh, gut. Wir wollen ja noch mal schnell in Halle. Genau. Wir wollen ja noch mal schnell in Halle. Genau. Public Viewing pur. Stimmung, Leute. Hey! Deutschland! Deutschland! Sieg!